Willkommen bei der Hotline von Spielsucht. Unsere Mitarbeiter sind derzeit alle am Sprechen. Ach scheiße, man hat ja jetzt auch noch Worte schlagen, ey. Wir sind gleich für Sie da. Leider können wir Ihr Gespräch derzeit nicht entgegennehmen. Sie können uns aber gerne eine Nachricht hinterlassen. Wir rufen Sie umgehend zurück. Ja, ja, moin, hier ist Benno. Ich wollte nur sagen, eure Abzocke-Scheiße mache ich nicht mehr mit. Habe ich keinen Bock drauf. Also das mit den Spielotheken und so, das sind halt nur manipulierte Automaten. Das habe ich so keinen Bock drauf, ehrlich. Drückt da jeden Tag irgendwie 500 Euro in so einen Kack-Automaten, weißt du. Kommt nur Scheiße dabei raus irgendwie. Und dann hier dieser Gaufelmann oder wie heißt der, Gauselmann oder was. Hier alles abgesprochen mit dem Staat und so. Jetzt sage ich euch, mich könnt ihr da nicht hinter das Licht führen. Ich spiele mich nur noch online und da drücke ich richtig was raus. Ich sage es euch, richtig geil. Nur noch online. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020